Was ist das? Nein, wir können es lesen. Aber es ist zu wenig. Gerade eben hat er merkt, jetzt hat er 40. 45. Es schwankt sehr. Ist drauf. 20% alles. 25. Es schwankt immer. Immer 20. Ich habe jetzt 5%. Selber bewegt sich. Alter, ich bin hinter der Holzpalk. Hinter der Holzpalk. Jetzt geht die Telemetrie an. Aber das Signal habe ich immer noch. Jetzt ist das Ende. Jetzt habe ich wieder das Signal. Du hörst ja die Servos, die gehen. 10%, 5%, 10%. Jetzt kann die Kamera... Also, 45% haben wir hier. ... ... ... ... ... ... ... ... ...